Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns auf Sky Defense & Co. Ich begrüße euch, ich bin die Solli. Ja, nicht wundern, dass ich das jetzt mache, äh... Aber... Die Cabell hat mich gebeten, beziehungsweise ich hab's angeboten, mal für ihn zu machen. Und, ja... Dann werden wir's mal versuchen, ne? Jawohl. Ja, danke. Okay, wo sind die Ersten? Da. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Erstmal euch hier erledigen. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich zum Ufer hinterher. Aber... Kommt her. Die Viecher, kommt her. Ich seh nix. Wo ist das? Ich muss hier auch fallen. Ich muss hier dringend aufkommen. Ich seh nix. Ich weiß. Das war zu spät. Das war hier zu spät. Ey! Geht weg! Nein, ich kann nicht... Nein, ich bin... Geht weg! Geht weg! Geht weg! Nein, 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 nein. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe... Geht weg! Geht weg! Lasst mich alle in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Wo bist du denn... Ja, ja! Was? Komm! Nein! Ich brauche Gesundheit! Ich brauche Gesundheit! Geht mir Gesundheit! Geht mir Gesundheit! Geht weg! Verdammt! Und hüpf! Und hüpf! Verdammt! Ich hab den doch recht gut hingekriegt! Oh, diese Viecher, die... Ja, weil das UFO, das holt mich immer mehr diese... Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Wo bist du, UFO? Ah! Ich will da lang! In die falsche Richtung! Wo ist das? Ah! Ich steh auf die drauf! Auch mir schlecht! Schlopfe auf denen drauf! Jetzt werden sie ungemütlich! Jetzt werden sie ungemütlich! So! So! Kommt! Du weg! Weg! Mit dir! Äh, wo ist denn das UFO? Ich seh das nicht mal! Scheiße! Da ist es! Da ist es! Verdammt! Verdammt! Ah! Oh! Wenn ich einen zurückschleudern, dann sieht man das! Ich bin der Bein! Ich hab ihn verraten! Und das ist jetzt! Ich bin der Bein! Ich bin der Bein! Ich bin der Bein! Oh! Ich bin der Bein! Ah, ich muss sie nur weiter runterkriegen. Ah, ja, ah, komm, schieß, 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 oh, verdammt, das ist zu weit, das fliegt zu schnell weg. Ja, ah, nee, aber dafür habe ich die. Geh weg, ah, verschwinde hier. Verdammt, jetzt kriege ich das nicht mehr, das ist verschwindet. So, wo ist das? Wo ist das? Ah, Mann, Ufo, wo bist du? Nein, da ist es. Verdammt. Ja, ah, verdammt. Ja, ich muss erst mal wieder Gesundheit suchen, da ist Gesundheit. Ah, verdammt. Ja, geh weg. Immer schön versuchen, drauf zu springen und dann... Nein, nicht da rein, nicht da rein. Ah. Ah, der schießt. Oh, scheiße. Was macht der? Der ist jetzt verzweifelt. Verdammt. Äh. Hier ist noch eine Gesundheit. Oh, jetzt kommt wieder weg hier. Shit. Shit. Verdammt. Ich würde es nicht unbedingt riskieren. Verdammt. Geht der überhaupt Gesundheit runter? Oh, Mann, ich sehe nichts. Verdammt, ich bin so zu genäht. Meinst du, das hat was damit zu tun? Oh, Mann, come time. Äh. Ich hoffe... Hä? Ich weiß nicht, weil ich... Nee. Ich glaube, ich bin schon einmal rum. Ich weiß nicht, dass ich sie noch nicht beschießen will. Nee. Ah, nee. Ich springe lieber wieder raus. Ich komme nicht raus. Verdammt. Ich bin fast tot. Shit. Ich habe den so gut runtergekriegt. Verdammt. Verdammt. Geht weg. Lasst mich in Ruhe. Ich brauche euch nicht. Nein. Ich kann euch nicht gebrauchen. Verdammt. Oh. Verdammt. Ich bin gleich tot. Oh, ich sehe nichts. Verdammt. Wie soll ich denn kriegen? Kann mir das einer mal verraten? Ich bin hier in der Gegend, halt. Ja. So weit ich hochspringe. Verdammt. Ich bin gleich tot. Oh. Raus da. Verdammt. Wie soll ich den denn kriegen? Kann mir das einer mal verraten? Ich habe keine Raketen mehr. Keine Munition mehr. Ja, aber ich brauchte noch... Das ist immer so schön, wenn ich alles sehe hier. Komm. Mach das Ding da weg. Los. Mach weg. Oh, verdammt. Nein. Ja, wenn ich das weg mache, mal zu machen, dann kannst du nicht rausspringen, dann machst du es wieder. Oh. Nun komm schon. Mach das weg. Oh. Ich habe nicht die ganzen Tag Zeit. Ich habe nicht die ganzen Tag Zeit. Hallo? Kuckuck. Ja, toll. Wie nett von dir. Ich habe nicht die ganzen Tag Zeit. Er schießt mich, wenn er springt. Ah. Scheibenhonig. Dann mach das Ding nicht weg. Toll. Ich... Der trifft mich eher, als ich ihn. Wie soll ich denn den kriegen? Wie soll das funktionieren? Ich verstehe das nicht. Ich kann doch nicht da rein. Dann bin ich ja gleich tot. Verdammt. Verdammt. Toll, der schießt eher auf mich. Ich kann nicht auf ihn schießen. Oh. Oh. Verdammt. Ach, verdammt. Ja. Ich muss ein Stück weg. Ich muss die... Äh. Ich muss... Ja. Ja, ich muss zusehen, dass ich die da rauslocke. Oh, verdammt. Nein. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich schütze dich da wie ein Affe, ey. Oh. 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 Okay. Okay. Nein. Der Controller bleibt ganz. Oh. 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 Ey. Ey. Du sollst es nicht... Du sollst es lassen. Komm. Oh. Hi. Hi. Verdammt. Verdammt. Oh Mann. Schön, wenn ich immer hier alles sehe. Ja. Das ist... Oh Mann. Diese Viecher. So. Nein. Du sollst springen. habe ich gesagt. Spring, spring. Spring, spring. Du sollst springen, habe ich gesagt. hoch mit dir. Nein. Oh. Oh. In die richtige Richtung wäre nicht schlecht gewesen. schieß. Oh. Oh. Verdammt. Raus hier. Oh. Verdammt. Oh Gott. Ist der schon wieder da drinnen? Ja, klar. Ah, Manometer. Ja, raus, raus, hopp. Du sollst da wegspringen. So, danke. Ich habe einen Schaden machen können. Ein bisschen. Aber ich habe Gott sei Dank hier die Dinger. Ja, jetzt kommen sie. Kommt, kommt her. Kommt, Mutti. Kommt. Ja. Nee. Komm, komm raus. So. Ja, ja. Da schießt er mich auch. Ich habe keine Bomben mehr. Ja, schieß weiter auf mich. Alles gut. Ich habe es kapiert. Schieß. Ja. Schieß. Ah ja, raus mit dir. Raus, 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 raus. 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 Und ein bisschen bringt das was. Aber ich muss auch fassen auf meine Gesundheit. Ja. Es hat was abgezogen. Ja, aber ich muss auch zusehen. Nein. Ja, hoch springen. Mhm. Hoch. Ja, ich darf nicht zu weit weg. Dann kommen die Dinger hier ohne Ende. Nein. So. Hoch mit dir. Ja, ja. Hoch. Ja, ja, ja. Verdammt. So. Okay. Ja, schon gesehen. Kann ich hier durchschießen? Und das was? Nee. Nur meine Munition weg. Ups. Ah, ich habe hier in der Nähe keine Gesundheit mehr. Verdammt. Daneben. Du hast daneben geschossen. Aber ich muss ein Stück weg, weil die Dinger bringen mich auch Gesundheit, die da rauskommen. Ich darf mich nur nicht so treffen lassen. Hm. Kleines Stück nur. So. Kommt. Kommt her. So. Schön springen. Und hau, hau, hau. Und springen. Und hau, hau, hau. Und hopp. Nein. Ah, verdammt. Ja. Ein bisschen. So. Kommt her. Ah, zu wenig. So. Kommt her. Hau, hau, hau. Na, hau. Und. Hoch mit dir. Und. Hau, 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 hau. Hoch. Und. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Das ist nicht so. So haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet. So haben wir auf keinen Fall gewettet. Hoch, 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 hoch. Und runter. Runter, 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 runter. Dann schießt du nicht ab. Mist. Ne, das mit der Gesundheit sind auch nicht so. Ach, verdammt. Das schießt ja eher als ich. Shit. Ich muss noch ein bisschen Gesundheit. Ah, verdammt. So wird das nix. So wird das garantiert nix. Hoch, hoch, hoch. Verdammt. Shit. Oh Mann, ich hatte den doch so gut wie. Verdammt. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich habe den doch ziemlich gut gekriegt. Ja, klar. Aber wie kriege ich den da drinne? Das ist mein Problem. Ja, das habe ich heute eben. Aber schießen, schießen, Gesundheit erwerben und schießen, schießen. Ja, aber die Gesundheit erwerben ist ein bisschen, das ist gar nicht so einfach dann. Ja, aber ich weiß ja, deswegen habe ich gesagt, dass es grauen hat. So, ich glaube, wir machen jetzt erstmal hier mal kurz Pause. Und dann versuche ich es nochmal. Und mal sehen. Drückt mir alle die Daumen. Weil wir wollen ja nicht drei Parts hier damit verschwenden und versuchen das Uferchen zu kriegen. Das macht keinen Sinn. Okay, dann verabschiede ich mich erstmal und wir sagen uns bis bald. Tschüss sagt eure Sallie. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.